Hallo und herzlich willkommen zum Manuel am Abend. Ja, heute bin ich noch mal hier im Führer. Ja, wie es mir geht, gut. Euch hoffe ich auch. Ja. Weihnachten war eine schöne Zeit. Das letzte Jahr sowieso. Mit vielen Highlights. Ja. Highlights heißt. Jakobsweg lief auf der Leinwand. Wir waren live dabei. Und haben natürlich nicht nur live dabei gewesen, sondern haben auch mitgespielt. Ja, haben Stefan Hoppe kennengelernt. Und so, ne. Habe selbst mitgespielt. Das war 2012. Ein tolles, tolles Jahr. Ja, und ich kann nur sagen, auch natürlich 2012. Die Türkei-Reise mit dem Papagei war auch eine schöne Sache. Und natürlich, die Dreharbeiten der ZDF-Serie, der Landart zu sehen, war auch eine ganz tolle Sache. Wayne Carpendale hinter einer Scheibe zu sehen. Ähm, ja, und noch einige Darsteller mehr. Ja. Aber ist ja auch egal. Das war es heute gewesen sein. Ach, nee. 2012 gab es natürlich auch noch ein großes Highlight. Oder noch eins dieser Highlights. Ja. Schokoladenwerkzeug. Hab ich noch, ja. Gegessen noch nicht. Aber ich kann nur eins sagen. Danke, dass ihr immer eingeschaltet habt. Morgen sehen wir uns wieder am 19. Uhr zum Abend am Abend. Bis dahin und Tschüss. Ja. Tschüss. Legt doch auf. Mach doch aus. Naja, ist doch egal. Also. Gute Nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da.